Führerschein Klasse B51 Frage, was müssen Sie in dieser Situation beachten? Sie dürfen in keinem Fall vorbeifahren. Sie dürfen nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Sie dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Antwort Sie dürfen nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Sie dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Frage, was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert? Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren. Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen. Antwort Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Frage, welche Gefahren können in diesem Wohngebiet auftreten? Einmündungen werden übersehen. Es wird zu schnell gefahren. Kinder können unerwartet auf die Straße laufen. Antwort Einmündungen werden übersehen. Es wird zu schnell gefahren. Kinder können unerwartet auf die Straße laufen. Frage Frage, welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt. Antwort Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Frage, worauf müssen Sie sich einstellen? Dass der LK-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt. Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht. Das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sind. Antwort Dass der LK-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt. Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht. Das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sind. Frage, warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. Antwort Frage, Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten? Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden. Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, sodass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind. Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken. Frage, jemand hat soeben eine Haschisch-Zigarette geraucht. Darf er anschließend ein Kraftfahrzeug führen? Nein, weil er dann fahr- und tüchtig sein kann. Ja, weil das Rauchen einer Haschisch-Zigarette unbedenklich ist. Antwort Nein, weil er dann fahr- und tüchtig sein kann. Frage, Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg? Er wird metral so lang. Antwort Er wird viermal so lang. Frage, wie verhalten Sie sich richtig? Frage, wie verhalten Sie sich richtig? Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe im mittleren Fahrstreifen. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle in den rechten Fahrstreifen. Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen. Antwort Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen. Frage, an der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreas Kreuz mit dem Zusatzzeichen Industriegebiet. Schienenfahrzeuge haben Vorgang. Was haben Sie zu beachten? Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang. Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreas Kreuz Vorrang. An Bahnübergängen nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. Antwort Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang. An Bahnübergängen nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. Frage, wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, bei dem Personen verletzt wurden? Sie müssen den Verletzten Hilfe leisten. Sie müssen die Unfallstelle absichern. Sie müssen anhalten und sich über die Unfallfolgen vergewissern. Antwort Sie müssen den Verletzten Hilfe leisten. Sie müssen die Unfallstelle absichern. Sie müssen anhalten und sich über die Unfallfolgen vergewissern. Frage, Sie kommen als Erste an einer Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst alarmieren, Unfallstelle absichern. Unfallstelle absichern, Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst alarmieren. Rettungsdienst alarmieren, Unfallstelle absichern, Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst alarmieren. Frage, was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist? Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt. Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz. Antwort Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt. Frage, welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Bus durchfahren lassen. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus. Antwort Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus. Frage, wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre nach dem gelben Pkw. Ich fahre vor dem gelben Pkw. Ich fahre nach dem blauen Lkw. Antwort Ich fahre nach dem gelben Pkw. Ich fahre nach dem blauen Lkw. Frage, Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Ich muss beim Rechtsabbiegen nur nach links schauen. Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern. Antwort Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern. Frage, welche Fahrzeuge dürfen den so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen? Lkw Pkw Linienbusse Antwort Linienbusse Frage, worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Vorfahrt bis zum Ortsende. Auf Vorfahrt an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße. Auf Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Antwort Auf Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Frage, während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr Fahrzeug im Startverkehr mehr Kraftstoff als sonst. Warum? Weil öfter in höheren Gängen gefahren werden muss. Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss. Antwort Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss. Frage, was kann in Kurven zum Schleudern führen? Starkes Bremsen Leichtes Beschleunigen am Kurvenausgang Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn Antwort Frage, ein Langsamfahrer hindert Sie am schnelleren Vorwärtskommen. Was ist richtig? Antwort Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholweg zu verkürzen. Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren. Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt. Antwort Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt. Antwort Ich fahre dicht auf und signalisiere dem Bummelanten, mir den Überholfahrstreifen schleunigst freizumachen. Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann. Antwort Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann. Frage, ein PKW überholt leichtsinnig Ihre Kolonne. Wegen Gegenverkehr will er vor Ihrem Vordermann einschirren. Dieser ärgert sich und macht dicht. Was machen Sie? Ich gebe nach und lasse den Vordrängler einschirren. Nichts, denn ich bin davon nicht betroffen. Auch ich mache dicht, um dem Vordrängler einen Denkzettel zu verpassen. Antwort Ich gebe nach und lasse den Vordrängler einschirren. Frage Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen? Zögerliche Fahrweise Unangepasste Geschwindigkeit Hohe Risikobereitschaft Antwort Unangepasste Geschwindigkeit Hohe Risikobereitschaft Frage Sie fahren im Stadtverkehr auf trockene Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssten Sie mindestens einhalten? 15 Meter entsprechend etwa 3 Bklingen 10 Meter entsprechend etwa 2 Bklingen 5 Meter entsprechend etwa 1 Bklinge Antwort 15 Meter entsprechend etwa 3 Bklingen Frage Ein Pkw mit Savo-Lenkung ist mit Mutterschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden. Was ist richtig? Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw geht wesentlich schwerer. Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw ist blockiert. Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw ist nicht beeinträchtigt. Antwort Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw geht wesentlich schwerer. Frage Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf das Ende der Autobahn Auf ein Verbot für Kraftwagen Auf das Ende der Kraftfahrstraße Antwort Auf das Ende der Kraftfahrstraße Frage Sie wollen an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln. Wo finden Sie Angaben über die zulässigen Stützlasten Ihres Pkw? In der Betriebsanleitung des Pkw Im Fahrzeugbrief Antwort In der Betriebsanleitung des Pkw Frage Was können Sie am Reifen kontrollieren? Die Profiltiefe Die gleichmäßige Abnutzung des Profils Das Alter des Reifens Antwort Die Profiltiefe Die gleichmäßige Abnutzung des Profils Das Alter des Reifens Vielen Dank für das Ansehen dieses Video und wünschen Ihnen Ihr Führerscheinbald erhalten. Das Alter des Reifens